Weißt du Usi, da machen wir ihm schon sein Geld hier, weißt du? Wo geht's denn da hin? Bitte keine Sackgasse. Sobald ich zum Sniper wechsel, höre ich das erste Spinnnitz. Das ist doch ein Witz, oder? Wie hat man das denn sonst gemacht, Alter, mit dieser Waffe? Wie ging das denn? Ich kann nur immer einmal schießen. Natürlich. Ich weiß es, es war so ein Ding jetzt da. Ich kann nur einmal schießen. Snability aktivieren, wie das Schwert, oder? Welche Tasse? Nee, man hat die automatischen Hand in diesem Turnkopf. Ich kann nicht mal an den Gabelkamm am Automaten in diesem Scheiß. Wow. Fenster repartieren. Na, muss ich jetzt machen. Oh mein Gott. Jetzt bin ich töten für dich. Oh Gott. Oh oh. Niko, Alter, ich hab's noch viel schlimmer. Sobald ich in eine enge Situation komme mit meiner Waffe, dann wechselt sie und ich krieg die Gorgon. Und ich lauf noch 2km mal. Und wie läufst du mit den Fenstern? Gut. Niko, wir dürfen sie nicht mehr aus dem Fenster kommen lassen. Alle Fenster müssen zusehen. Oh, warte, wenn man so einen rundenbasierenden Kaugummi hat, dann geht der richtig schnell weg, ne? Also zumindest in den Anfangsrunden. Ah ja, okay, stimmt. Das hab ich noch gar nicht gedacht. Mal schauen, wie lange es geht, bis der weg ist. Ich bin reich, Alter. Oha. Also mir klappt dieser Totenkopf auf jeden Fall nicht. Welche Waffe ist das? Welche Nummer? 30. 30? Okay. Hattest du einen Raketenwerfer schon? Nein. Okay. Gibt's einen? Kommt sicher auch noch. Keine Ahnung. Also, auf der Map gibt's ihn normalerweise. Naja. Wir hatten ihn ja auch schon in den Pflanzen, von daher denke ich schon. Die Wunderwaffe würde noch fehlen. Mann! Oh, Niko, Alter. Ich hab's gerade viel schlimmer als du. Glaub es mir. Ne, überall Spinnen, Alter. Ich glaub kaum, dass einer so ein Spinnen gesehen hat wie ich, Alter. Oh doch. Ich krieg die Scheiße. Ich muss schon eine Phobie kriegen hier so lang so. Irgendwann klappt die Wunderwaffe nicht, Alter. Das ist wahrscheinlich... Es liegt, denke ich, mal mehr. Nein! Nein! Nein, hat er nicht gemacht! Rapp. Er ist ein Vierterring, Alter. Was? Ehrlich? Gibt's jetzt an Bord? Wer ist das? Weiß ich nicht. Kennt denn einer von euch? Nico, kennst du den? Nein. Ey, ich bin offline. Warum kann der beitreten? Über einen von uns müsste es sein, aber... Ich komm hier nicht mehr raus aus dem Firstroom, Alter. Ja, das kennen wir. Ey, wollt ihr mich fragsen, Alter? Ich bin wieder beim MG. Bei welchen? Bei den MGs, Alter. Bei den allen. Bei den allen? Ich bin auch bei den MGs. Ah, ah. Ich sterbe. Ich bin, glaube ich, gleich wieder bei deinem Trotter. Ich will sie raus aus dem Firstroom. Hä, spielt der Typ jetzt einfach mit, so kann du greifen? Der ist, Alter. Hä, er denkt, er ist einfach eingeladen, Alter. Er kann einfach mitmachen, denkt er sich. Ich bin neu hier. Ich komm hier nicht mehr raus aus dem Firstroom. Ja, wir haben. Ey, das ist doch frech, oder? Ja. Findest du uns nicht frech? Ich find das frech, Alter. Doch. Ich find das richtig frech. Ich hab mich vielleicht daran, dass ich allgemein nicht nachschauen würde, aber... Ne, weil man sich das ja auch nicht macht. Nur, weil... Wir kommen ja nie raus. Weißt du, es gibt ja Leute, die... Ne, man kommt ja auch nicht raus. Alter Schwede. Holy shit, jetzt haben wir ein Problem. Ich renne jetzt einfach hier durch mit der Shotgun. Ah, wenn man Penkeller hat. Na. Ganz schnell raus hier. Genau, danke. Er hat noch nicht gestorben. Ich bin vom anderen Raum weg. Ey, wieso blutet er raus? Lass ihn ruhig, Alter. Ja, aber wieso? Keine Ahnung. Hä, was ist er denn für einer? Ich hab ihm geschrieben, please leave und er begegnet. Keine Ahnung. Dann kannst du auch schreiben, dass er verlassen soll auf Deutsch. Es wird ein Deutscher sein. Please leave, es rafft doch jeder, Alter. Na, er hat das Spiel verlassen. Gut. Es ist offen. Gibt's so nicht, Alter. Richtig frech. Hast du die Lobby nicht geclosed, Alter? Keine Ahnung, was ich glaube, was er in Russland ist. Ne, warte, wir mussten ja gar nicht nachschauen. Ja, keine Ahnung, ich hatte die nicht geclosed, ne? Okay. Ich hab daran gedacht. Ja, nicht schlimm. Ich ging halt davon aus, wenn ich vernünftig bin, Alter. Was hab ich denn? Ich sterbe nicht, ich sterbe nicht. Ja. Nur wenn ich dann nicht überleg, dass 15.000 Leute Parame gewordet haben, dann zeig ich dir. Wir dran. Beste Kaugummi. Ich hab wieder einen Kaugummi. Äh, Zombies fliegen in die Luft. Beste. Ja, das brauch ich beim MG. Das einzig, was rankommt, ist halt dieses, wenn die durch Explosives kotzen. Ja, aber man hat halt keine Explosives hier. Ja. Deswegen sag ich ja. Das einzig, was da rankommt. Und? Wie war euer Tag so? Haha. Gut. Weißt du? Ich reg mich richtig auf, Alter. Ich war bei 30, Alter. Dann bin ich wieder bei den ganzen MG's. Mein Tag so? Ich arbeite mal wieder. Nach drei Wochen. Boah. Ich hab heute mit Robotern rumgespielt. Na, ich durfte den ganzen Tag Programme schreiben. Ja. Genau, ey. Ohne Scheiß. Als ich diesen Totenkopf hatte. Und die Spinne. Genau vor meiner Nase die Tür verschlossen hat. Und ich kann die nicht öffnen. Mit Totenkopf in der Hand. Keine Ahnung. Das war... Wie geht das? At this moment. You know. Wie geht das? Fucked up. Alter, ich schwörs euch. How could this happen to me? I did not. Ich bin tot. I got nowhere to run. Ja, Dicker. Läuft. Warum nicht, Alter? Oh Gott. Oh mein Gott. Jungs, warum eure ganzen... Alter, wollt ihr mich töten? Ich glaub... Kevin hat Curves, Alter. Nein. Warum musst du nur 25.000 Punkte wählen? Was? Keine Ahnung. Hast du ihn getötet? Der passt gleich viele Kills wie du. Ja, ne? Und ich hab... Über... Millionen... Ach, das ist ja gar nicht unbegrenzte Ressourcen, Alter. Ich baller hier rum, als wär ich Rambo. Das ist ja nur länger ausbluten. Also, Ausblutzeit. Das ist das andere, grüne Kaugummi. Na, Mann. Ich dreh durch. Ich schieß hier rum wie Rambo und... Ich dreh durch. Oh mein Gott. Renn schneller. Oh Gott. Ich muss ja nicht bei meinem Auto machen. Chillt. Schild, Alter. Warum war der Totenkopf Buggy, Alter? Ja, es gibt ein Schild hier auf der Karte. Ganz vergessen. Das ist für Kassel, geht gar nicht gut. Was, Alter? Hör mal auf, ey. Nico, freu dich. So? Da kommt bisschen was. Oh, ne. Nevermind. Ist tot. Ich krieg zu viel, Alter. Doch, jetzt kommt was. Ich verstehe nicht Menschen, die über WhatsApp anrufen, ne? Oh. Ich hab noch nie über WhatsApp telefoniert. Ich auch nicht. Ich werd angerufen und ich würde das verkaufen. Ich find's voll unnötig. Vielleicht, dass man Nuts damit schicken kann. Jaaa. Nein, danke. Blockt. Ich muss kurz AFK gehen und Nico blocken. Würdest du mich echt blocken? Ja. Ohne das hab ich Nutsi? Ohne das hab ich Nutsi? Ich hab dich schon. Wann denn? Tja. Fucking fraggit. Hm. Ja. Ich hoffe, der Token kommt gleich nicht verpackt. Komm, Alter. Ich brauch ein Zombie. Ich hoffe es auch. Ey, zwei Punkte. Ehrlich. Ich kann die Gorgon nicht mehr sehen. Oh, Nico Zombies. Das ist so lächerlich, ne? Der Zombie dodgt einfach in der letzten Sekunde meinen scheiß Sniper Schuss und dann sterbe ich dafür. Sniper ist toll. Fucking Matrix, Alter. Oh Gott. Eine Spinne. Oh mein Ding, da liegen Double Points, Alter. Wie kommen wir da ran? Wunderwaffe. Ich sterbe! Die Zombies sind schneller als ich, Alter. Ich sterbe immer von hinten. Hast du eine MG? Ja. Mit der Gorgon ist man übelst langsam, ne? Aber da kann doch nicht sein, dass Zombie schneller sind als man selber. Was denn da der Sinn, Alter? Wie willst du vor dem weglaufen? Oh mein Gott, Alter. Ich bin bei 20, Alter. Bei 20? Ja, ich bin seit gefühlt 3 Tagen bei 15. Bei 15 immer noch. Da sollten wir uns aber Perks holen, Junkie. Ja, schon wieder. Ja, schon wieder. Wollen wir uns Perks holen? Nein. Echt nicht! Nein. Oh mein Gott, Alter. Also genug Episoden für die nächsten vier Jahre, das sag ich dir. Naja, gewinn mal hier. Du warst nur in Führung am Anfang. Ich war. Und da kam die Feuer-Nation. Oh Gott. Ey, ohne Scheiß, wenn ich wüsste, dass der, wenn der jetzt nicht Buggy ist, gleich der Tokenkopf, dann macht das ja Sinn jetzt hier alles. Aber wenn der gleich wieder Buggy ist. Na, 30 ist der. Okay, dann geht's noch ein bisschen. Oh, Spinn, Alter, hinter Nico. Und wenn der Weg nicht Buggy ist, dann lohnt es das ja nicht. Dann hast du halt einfach gewonnen. Ich hab kein einzigen Zombie. Natürlich, natürlich, kämpf schon den Zombie an und ich sterbe, Alter. Bist du gestorben? Nein, Dinger. Feuer-Nation hat mich geknippt. Du und deine Feuer-Nation, Alter. Ich vergesse immer, dass man Waffe nicht wischen kann, um den Reload zu kippen. Dann kann ich weglaufen. Ich bin bei 19, Alter. Bei 19. Und ich hab keinen Sound. Oh Gott, ne Spinnen. Bin ich echt, ich bin echt wieder bei der Racer-Bag, Alter. Jungs. Das ist doch schwer ohne Perks. Wenn's einmal läuft, dann läuft's. Ja, ja, ich war ja bei 30. Und wenn's einmal läuft, dann stirbt man einfach nur noch. Ja. Ja, aber wir haben jetzt nie gelaufen, Alter. Wo kommt das Geräusch immer her? Aber hey, 33. Schaffen wir es vor 40? Na ja, hoffe ich. Nein. Also schon wieder. Ich hab hier übrigens ne Aufgabe erledigt, Alter. Was krieg ich denn da durch jetzt? Was? Irgendwas krieg ich? Ne Waffe. Kann ich die aufheben? Ich kann sie aufheben. Ah, ne. Sie ist dann einfach nur weg. Ist ja ne gepanschte Waffe da. Hab ich noch ne Aufgabe erledigt? Ja, Spinne, Alter. Rundenwechsel. Watt. Man kann mir da einen Gabelkammautomaten. Natürlich. Nico, Alter, ich wüsste so gerne, wie viele Douts du hast. Aber man kann es nicht sehen. So Schwachsinn. Wenn ich bei der Sniper bin, will ich einfach viel Spinnen-Spawnen einfach so. Sniper erreicht. Da ist noch ein Spinnen drin. Ja, so fühlt sich das an. Das ist ein Big Throat. Ich meine, ich sterbe hier nicht mehr durch Zombies. Ich sterbe einfach durch scheiß Spinnen. Oh, ein Dropp. Ey, man kann auch einfach nicht weglaufen, Alter. Oh. RIP. Nein. RIP. Nein. Vielleicht ein Dropp nicht. Ich bin wieder bei der H... Oh, shit. Boah, Alter. Wollen wir was wissen? HG40, Alter. Das 1 nach der Sniper. Jungs, jetzt lasst uns Perks kaufen, Alter. Also, Jack. Wow, jetzt, wo es bei mir gut läuft. Na gut, dann... Ach, nee, dann nicht. Okay. Läuft bei dir, alles klar. Bin bei der MX. 28. Okay. Wirst du ja wahrscheinlich gleich? Nee, ich bin einfach vorsichtig. Bitte. Ich gönne dir ja den Sieg. Ich versuch's. Wenn dein Tokenkopf auch verpackt ist, dann keine Ahnung. Ja, dann ist doch... Dann nehme ich alle Zombies für dich, dass du bei Jan reparieren kannst. Ehrlich jetzt. Alle Tilton danach spawnen lassen. Damit du... Ne, alle Zombies für... So nehme ich alle Zombies für dich. Oh, die MX kann man nicht nachfragen? Fangen sie an, bringen sie zu dir. Ne, MX kann man nicht nachfragen, naja. Okay. So T-Gun-mäßig. Nur in schlecht. Ja, von wo wurde ich denn gerade bitte überrannt, Alter? Hier sind doch alle Türen zu. Von wo kamen die ganzen Zombies? Von da, oder was? Digga, ne Spinn, ne Spinn, ne Spinn, ich bin durch. Ich bin raus, Alter. Man sieht nur noch Nico sterben, Alter. Digga, das ist doch lächerlich, ich das, Alter. Digga, das sind die Spinnen, Alter. Ja, nein, Kuliko. Aber ich... Bei mir ist morgen gerade übelst viele Spinnen. Ich hab nur noch Spinnen hier. Hast du die Map schon mal gezockt, Nico? Ja. Vorher. Ich bin dann halb Stunden auf Kage gegangen und war an der Tanke. Ehrlich? Das sind ja halt... Alter, nur kurz den letzten Zombie, ich muss kurz was machen. Kommen wir nach einer halben Stunde, desto wieder ich war an der Tanke im Bio. Ehrlich? Ja. Ja, Digga, den letzten Zombie. Meine Streams sind extravagant. Welche Nummer, Ozia? Äh, mir noch. MX. Also 28. 29. Noch 29 Punkte. Ja. Warte, wie, wie? Ja, das steht immer, wann du die nächste Waffe kriegst. Ja, wir kommen mal auf ungerade Zahlen. Ja, keine Ahnung, ich hab vorhin auch zwei Punkte gebraucht, glaub ich. Oder wie viel waren es? Sieben? Zwei? Ja, ich brauche auch. Ich brauche, ich brauche. Ich brauche dann wahrscheinlich... Äh, andersweilich. Äh, vielleicht... Äh, Spinnenkälte, selbstverständlich, dass die nicht 50 Punkte geben. Ja, die geben 50. Okay, dann keine Ahnung. Oh Gott, das wird jetzt eng. Die Spinnen haben mir alles zugebaut. Oh Gott, irgendjemand hat das aufgebaut. Kann die zum Mr. Sein reißen, die Spinnen jetzt? Nein, eigentlich nicht. Aber... Ja, da war doch gerade alles zugebaut. Jungs, wollt ihr was wissen? Ich bin bei der M8. M8? Das ist nice, Alter. Runde 12. Runde 12? Äh, Waffe 12. Oh ja, den Anfangsraum zuschließen. Danke, Zombies, Alter. Er ist Spinnen. Ich habe hier keine Zombies mehr jetzt. Ja, nevermind. Ich habe das Netz weggeräumt, ne? Lauf durch. 5 Zombies schauen mich an. Hi. Oh, Alter. Komm, Nico, gewinn das jetzt. Digga, dein Maul richtig ist. No. Oh nein, Uzi, Alter. Mein Schädler hat nichts gemacht. Ah, macht nichts. Aber ich hatte ihn nur 2 Sekunden. Okay. Wollen wir jetzt Jug kaufen? Mir ist... Vor allem, ich habe richtig viel verloren. Irgendwann über Jug, weil ich habe Jug gekauft. Nevermind. Ich komme nicht zu Jug, da ist ein Spinnennetz davor. Kevin, willst du das aufmachen? Ah, warte. Von der anderen Seite sieht es um einiges safer aus. Ja, ich komme. Oh, das ist schon offen. Oder? Ist es offen? Na. Ich habe es aufgemacht. Okay, nein, nein, nein. Ich bin dafür gestorben. Komm, 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 komm. Hier ist der Automat. Gönnt euch. Wollen wir Perks einkaufen gehen, Alter. Äh, nur Jug, oder? Alles kommt, alles kommt. Hauptsache, Hauptsache, ich sterbe nicht so schnell. Moment. Tot. Oh Gott, muss ich mir nachladen. Ich will eigentlich nur einen Perk noch haben. Das ist Tempenup, Alter. Jungs, das war für Elbe, also. Wo gibt's da man ab? Äh, ja. Wie soll ich das beschreiben? Da, wo du, ähm, durch diesen Wasserkanal rutschen kannst. Ah, ja. Perkurs, Spiegel, oder? Rund 35 jetzt Perks gekauft. So an die Zuschauer, das muss man machen. Sonst macht das ja keinen Sinn. Aber wenn der Schädel verpackt ist, weil dann ist er wirklich dumm. Wenn's euch gefällt, dann deabonniert Kevin. Ist ja der neue Kanal. Nee, aber wenn man dann gleich bei dem Schädel ist, dann muss man Fenster reparieren. Das ist mit Zombies und sowas eigentlich schwul. Ich baue, ich baue Schild, Jungs. Keine Sorge. Machste? Mach ich. Ich brauche noch einen Teil, Alter. Welches Schild ist das? Ist das mit den Raketen? Oder ist das... Ja, das ist die gute Folge. Oder ist das das mit, äh... Raketenschild, glaube ich. Drachenspucke. Drachenspucke? Drachenspucke. Ja, das Korat Schild oder das andere. Das Raketenschild. Ich glaub, das war die Raketenschild. Stimmt, das war ja vor Korat. Ich weiß es nicht. Ja, die Map kam ja vor Korat raus, also. Müsste ist ja was. Kam sie zuerst raus? Naja, klar. Die kam nach Eisedrache, ne? Ah ja, zuerst Eisedrache und dann die. Ich habe mich wieder hochgekämpft zu 25, Alter. Nice. Einen Teil, warte mal. Ich kenne zufällig auch noch eins ausfällig. Ah, das hast du schon. Oder? Ah, wirst du schon haben. Sag mal, wie hieß das? Ja, wo hier bei diesem Labor-Nummer standen noch Zahlen drauf, oder? Ja. Labor-B. Erzahlen. Genau. Das Geräusch, mein ich. Und mich sieht man. Ich auch nicht. Vielleicht eine Challenge erfüllt? Nee. Stimmt, hier gab es doch auch irgendwas mit so Blitzen hinterm Schild. Ja, ja, genau. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Ah ja, für das E-Stack, ne? Ja, irgendwelche Automaten anschlagen und so. Naja, Automaten kannst du auch damit anschlagen, ja. Also kaufen wir jetzt nur Junker oder andere? Kannst du auch andere aufkaufen. Okay. Weißt du, wo's Picola ist? Gibt's ein BIRK-Limit? Alter, ich kann nicht in die Sackkasse rein. Ich weiß ja nicht, ob das für den Modus Gängel ist. Hey, die Spinnen machen Crawler! Ja, hab's gesehen. Die Spinnen machen Crawler. Mein Schädel macht gar nichts. Nein, geh Fenster reparieren. Wie viele Punkte brauchst du? Rat mal, wer auch nichts macht. Richtig, ich. Wie viele Punkte brauchst du für nächste Waffe? 600. Ja, das geht doch eigentlich. Das Fenster kann man anscheinend nicht reparieren. Das war ein Speedcola, Alter. Ich weiß, wo Speedcola war. Wenn ich einen Perk-Haut, dann brauch ich immer noch 600. Naja. Oh mein Gott, zum Glück hab ich Chuck. Ich kann keinen Perk-Haut mit dem... Fuck off! Ich weiß, ich weiß, kannst du nicht. Ich war am Perk-Haut und war nein, gesperrt. Hey, bist du gestorben? Ja. Ja, ja, geht nicht. Du kannst auch keine Spinnnetze wegmachen, deshalb bin ich doch vorhin gestorben. Stimmt, logisch, logisch. Wiss ich mies. Ah, nee, das ist Double-Tap. Hä, und wo ist... Wo ist denn Speedcola? Ah, man kriegt gar keine Perks, wenn man stirbt. Nein, du stirbst ja nicht. Hey, wo ist Speedcola? Wahrscheinlich beim anderen Dingern. Aber du kriegst ja keine Downs, gehst du mal rein. Achso. Wo ist Speedcola? Du bist wirklich liquidiert. Ich schätze mal beim anderen, als ob ich keine Ahnung habe. Ah, nee, nee, bei der Spinne hinten. Bei der großen Spinne. Da ist Picola. Sicher? Ja. Picola oder Mule Kick? Ein gelöhnter Spurkester. Speedcola. Ha. Ich kann nur sagen, wo die große Spinne ist. Bei uns. Ah, nee, man hat hier keinen 4er-Paple, du kannst immer noch Widows reinkriegen durch die Spinne halt. Ach stimmt. Aber dafür müssen wir die Spinne töten. Alter, Jungs, guck mal unten den Timer. Eine Stunde, 22 sind wir Gun-Game und so. Oh Gott, krank, Alter. Oh Gott, krank, Alter. Oh Gott, krank, Alter. Oh Gott, krank, Alter.